Unser Hauptziel als Werte-Union ist eine Politikwende in Deutschland herbeizuführen, Deutschland wieder vom Kopf auf die Füße zu stellen. Angefangen bei den Themen Migration, über das Thema Meinungsfreiheit, Familie, Bildung. Da muss es deutliche Veränderungen in Deutschland geben. Die Erwartungen an Friedrich Merz, dass er das schafft, waren sehr, sehr groß. Er hat bislang leider nicht geliefert, wie viele Mitglieder erwartet haben. Jetzt will die Werte-Union ihn unterstützen. Die Werte-Union will Einfluss nehmen auf die Bundespolitik über die CDU. Aber wenn die CDU wie bislang die Werte-Union ausgrenzt und den ausgestreckten Arm der Werte-Union zur Unterstützung ausschlägt, dann muss die Werte-Union eben auch versuchen, auf andere Art und Weise Einfluss auf die Politik zu nehmen.